Hallo, in diesem Video stelle ich das Thema Isoyake vor, das Verschwinden von Meeresalgen. Informationen hierfür gibt es auf den Seiten 29, 30 und 93 bis 105. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, gehen wir das Ganze mal im Schnelldurchlauf durch. Wir wissen, die Meeresalgen verschwinden. Warum verschwinden sie? Wegen den Kalkalgen. Die sorgen nämlich für eine Wüstifizierung. Und warum sorgen sie für eine Wüstifizierung? Weil die nämlich Steine besetzen oder andere Sporen töten, sodass sich nichts anderes da sammeln kann. Und warum verbreiten sich jetzt die Kalkalgen so sehr? Ja, weil wir zu wenig Humus im Meer haben. Warum soll denn Humus helfen? Naja, weil Humus die Kalkalgensporen tötet. Und wie kommt der Humus ins Meer? Relativ einfach, über Regen mit dem Fluss in das Meer. Und warum ist jetzt zu wenig Humus da? Naja, weil wir zu wenig Wald haben, der zu Humus werden kann. Das kann entweder passieren durch Komplettabholzung, wo ein Wald gefällt wird oder alles gefällt wird und eine Stadt oder sowas drauf gebaut wird. Oder durch Nutzholz, wo die Bäume zu irgendwas verarbeitet werden. Zum Beispiel Papier oder einen Schrank. Weil Papier in eurem Ordner wird ja nicht mehr zu Humus. Braucht man den Humus sonst noch für irgendwas in diesem... Wenn wir schon darüber sprechen. Ja, und zwar ganz wichtig für den Eisenionentransport im Meer. Thema 2. Anderes Video. Und der Humus hält das Meer sauber. Thema 3. Anderes Video. Das waren die Stichpunkte. Jetzt gehen wir mal mehr ins Detail. So, und jetzt ins Detail. Warum verschwindet jetzt die Meeresalge? Für eine längere Zeit dachte man, es könnte an der Temperatur liegen, wegen Erdewärmung und so ein Kram. Oder an Dreck auf den Pflanzen, die die Photosynthese verhindert. Aber dann stellt man fest, naja, die Wärme, die Temperatur kann es überhaupt nicht sein. Weil oben im kalten Hokkaido gibt es dasselbe Phänomen wie unten im warmen Kyushu. Also das ist schon mal auszuschließen. Und dann beim Dreck, das kann es auch nicht sein, weil sobald kein Dreck mehr da wäre, müsste die Photosynthese wieder funktionieren und alles laufen. Aber auch das ist nicht der Fall. Wie eben schon erwähnt, das eigentliche Problem ist die sogenannte Kalkalge. Auf Englisch habe ich dazu dieses Wort hier gefunden. Und auf Japanisch heißt das Sekaiso. Was ist eine Kalkalge? Eine Kalkalge, das ist eine Mischung aus Kalk. Kalk, kennt ihr hoffentlich vom Wasserhahn oder vielleicht auch nicht, hoffentlich auch nicht. Und Pflanze. Und habt ihr schon mal versucht, den Kalk von eurem Wasserhahn hier abzukratzen, wenn das so übel aussieht wie hier mit dem Messer zum Beispiel, dann stellt ihr fest, das geht überhaupt nicht. Oder nur sehr schwer. Und genau das gleiche Problem haben wir auch mit diesen Kalkalgen. Die sitzen so fest auf den Steinen drauf, die kann man nicht mal mit dem Messer abkratzen. Okay, aber wie sieht das jetzt konkret aus? Konkret ist das so weißer Belag auf den Steinen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Foto hier wirklich die Kalkalgen zeigt, aber so könnte ich mir das vorstellen. Ich habe es noch nie live gesehen. So, dass das hier so wie weiß angemalt aussieht. Was aber 100% richtig ist, ist dieses Bild hier. Man sieht hier ganz schön, hier sind noch ein paar Pflänzelchen. Und hier ist aber alles weiß, nur noch diese schwarzen Pünktchen. Und auch hier ist alles weiß. Und auch hier ist alles weiß. Das ist alles hier wüstifiziert. Hier können absolut keine Pflanzen mehr leben. Und wenn hier keine Pflanzen mehr leben können, dann können hier auch keine Fische mehr leben. Alles, was hier noch lebt, ist die Kalkalge und diese schwarzen Pünktchen. Das sind Seeigel, die können sich von dieser Kalkalge ernähren. Allerdings auch irgendwie nicht richtig. Die wachsen dann nicht richtig und haben dann quasi für den Menschen einen Nährwert von 0. Wer noch nie einen Seeigel gesehen hat, die sehen auch manchmal so aus. Hier gibt es verschiedene. So, aber warum jetzt die Wüstifizierung? Punkt 1. Die Kalkalge besetzt den Lebensraum. Das heißt, da wo eine Kalkalge ist, da kann erstmal nichts anderes hin, weil da ist ja schon die Kalkalge. Wie ein Platz im Kino, der weg ist. Und falls doch mal irgendwie eine Koralle oder sowas ihre Sporen dahin legen will, wenn die Sporen mit der Kalkalge in Berührung kommen, dann macht die Kalkalge irgendwas, die hat irgendwas auf sich drauf, sodass die Sporen abgetötet werden, sodass auch nichts auf der Kalkalge selber liegen kann. So, warum verbreitet sich die Kalkalge jetzt? Wir haben schon festgestellt, am Klimawandel kann es nicht liegen. Das Schlüsselwort ist der Humus. Wir haben zu wenig Humus im Meer, weil der Humus zerstört die kristalline Struktur der Sporen von der Kalkalge. Komplizierter Satz. Was genau passiert da, das kann man hier sehen. Das sind ganz normale Sporen von der Kalkalge. Man sieht hier in der Mitte diesen schwarzen Punkt und außenrum irgendwie so eine Art Ring. Ich weiß nicht genau, was das ist. Und jetzt sieht man aber hier auf dem zweiten Bild, da ist nur dieser schwarze Punkt. Was hier passiert ist, hier war Humus mit dabei. Also das ist ein Experiment gewesen. Hier kommt es her. Und hier haben sie Humus mit in den Behälter getan und man stellt fest, dass dieser Ring außenrum sich nicht mehr bildet und dadurch stirbt die Spore ab. Und ich bin kein Chemiker, aber das scheint wohl die kristalline Struktur zu sein von Kohlensäurekalzium. Zumindest ist es die direkte Übersetzung. Okay, aber wie kommt jetzt der Humus ins Meer? Weil Humus ist ja an Land und Meer ist halt im Meer. Stellen wir uns vor, wir haben einen Baum und irgendwann geht er kaputt, fällt um und er wird dann zerfressen und wird zu Humus. Ich wusste nicht, wie ich das darstellen soll. Und irgendwann dann fängt es an zu regnen und dann wird der Humus ins Meer gespült. Entschuldigung. Erstmal in den Fluss gespült hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, das ist alles im kleineren Maßstab, so dass man das nicht so sieht als kleinen Erdwall. Aber ich denke, die Idee wird klar. Und irgendwann strömt dann das Meer, Entschuldigung, der Fluss raus ins Meer. Ich will so sehr ins Meer. Und dann verteilt er sich im Meer. So kommt der Humus ins Meer. Aber jetzt haben wir zu wenig Humus im Meer und jetzt ist die Frage, warum ist denn zu wenig Humus im Meer? Warum ist zu wenig Humus da? Das Problem ist, dass wir die Bäume nicht haben, die nachher dann im Meer landen können. Weil wir fällen unsere ganzen Bäume und machen entweder eine Komplettabholzung, so dass wir einfach ein Stück Wald nehmen und das komplett ausradieren und keine Ahnung, eine Stadt drauf bauen. Oder wir fällen die und machen dann Möbel draus. Weil wie gesagt, was bei euch im Wohnzimmer steht, das wird wohl nicht zu Humus werden. Das ist übrigens auch so ein bisschen kleiner Gefahrenpunkt, wenn man sagt, das ist CO2-neutral produziert, weil ja die Bäume, die hier gefällt werden, wieder nachwachsen dann mit anderen Bäumen. Aber Fakt ist ja, da ist ja gar kein Humus da dann. Und dadurch können dann andere Vorgänge nicht mehr funktionieren. Und das ist also alles nicht ganz so einfach und nicht so schön, wie es manchmal im Fernsehen gezeigt wird. Die Information kommt übrigens aus einem anderen Buch, Das geheime Leben der Bäume. Diesmal auf Deutsch von Peter Wohlleben. Kann ich nur empfehlen. So, aber wir kommen zum Ende. Braucht man Humus für sonst irgendwas noch? Ich habe es schon angesprochen gehabt. Wir haben zwei wichtige Sachen. Und zwar ist Humus für den Eisentransport, für den Eisen-Ionen-Transport ins Meer verantwortlich. Wir können ohne Eisen-Ionen keine Pflanzen wachsen lassen. Das ist ganz wichtig. Aber das kommt in einem anderen Video zum Thema 2. Und ansonsten hält der Humus das Meer auch sauber zum Thema 3. Im Thema 3 werde ich das in einem anderen Video vorstellen. Gut, dann vielen Dank fürs Schauen soweit. Ich freue mich auf Kommentare. Punkt, Stimme geht runter.